Musik Geht? Los? Okay. Hals auf! Lass mal! Wir finden, wir sollten den Amateursportpreis 2019 gewinnen, weil wir im Jahr 2018 eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen haben. Wir sind im Frühjahr in der Halle in die 1. Bundesliga aufgestiegen und sind dann auch auf dem Feld in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Aufstehen! Wenn wir den Preis gewinnen und das Preisgeld bekommen, dann würden wir damit ein Trainingslager in Portugal oder Spanien machen, um uns auf die Rückrunde vorzubereiten. Wir denken, unsere Mannschaft zeichnet sich besonders durch ihr immenses Teamgefühl und ihren Teamgeist aus. Wir sind nicht nur auf dem Feld, eine Mannschaft, sondern auch neben dem Platz wahnsinnig viel miteinander unterwegs. Eure Handys raus und schreibt eine SMS und votet für uns, für den Amateursportpreis. Wir würden uns mega freuen und wir würden uns dadurch sehr bestätigt fühlen. Wir haben dieses Jahr wirklich viel geleistet, haben uns sehr Mühe gegeben, viel Zeit investiert und würden uns natürlich super doll darüber freuen, wenn jetzt noch sowas dabei rausspringen würde. Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal.